Willkommen zurück zu EvoLand, jetzt gehen wir mal kicken, ob hier wirklich in der Nähe ein Boss ist, ich vermute, aber nein, es sind erst mal zwei Diabetes-leidende Gruppers, die wir hier in Handumdrehen töten werden, so, was ist das, oh, irgendwo ist irgendwas passiert, okay, aber wo, ja, und eine neue Karte, eine schöne Sache ist, ja, unsere Karte trägt das lebende Beispiel, ja, schon ein bisschen nerven, diese Zufallskämpfe, Ja, von diesem Zufallskämpfe war ich ja nie wirklich so ein Freund von, ach, da ist unser Kristall, den wir gesucht haben Ihr habt den Wäschter des Kristalls aufgeweckt Na, was sag ich, Kafkas Geist, Kling, der hier sieht mächtig aus Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall, er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimathof angegriffen hat Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen Das ist ein guter Plan Und das, ja, werden wir dann tun Auch wenn ich denke, dass er uns gleich 2000 Sander fetzen wird Aus der Innovation Und schon sieht er viel gefährlicher aus Äh, ja Macht auf jeden Fall ganz gut Schaden Aber ich kann erst mal hier zum Heilen abstellen What the fuck Okay Wieso haben wir keine Spezialfähigkeiten wie der Typ Ja, schon ein bisschen unfair, würde ich da sagen Ja, egal, Karrieres heilt, wir werden das überleben Ich sagte, du heilst Ja, jetzt macht er schon wieder das Scheiße da Fantom kommt doch Hey Darf man doch scheinbar nicht angreifen Denk ich mal Ja, meine Güte, wieviel hat hier halt der Typ Wir sterben. 420 EP. Klingstufe 4. Karriere Stufe 4. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Yay, 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Nuriamine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Yay. Und jetzt? Wollt ihr reden? Ja, die erzählt dasselbe. Toll. Dann gehen wir weiter oben. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und da ist noch weniger als nichts. Dann gehen wir halt einen Punkt. Edeltal. Boah, 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Musik, Level Up. 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 so anfangen in 64-Zeiten aus, ey. Schon richtig schön nostalgisch. So eine Karte wäre jetzt gar nicht so schlecht, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Gepixelte Texturen, so sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. Oh, doch, gefällt mir schon besser als das davor. Da ist noch eine Tour. Wie kommen wir da hin? Nehmen wir erstmal die Tour. Die Karte Pakun. Schön. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Wahrscheinlich schon ein bisschen weiter außen rum. Hier zum Beispiel. Guck mal, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Ein Stern. Und... Die Karte Zumba. Ja, unser Doppelzwillendeck wird immer stärker. Kann man sich das eigentlich angucken? Ne, ne. Schade. So, von hier kamen wir. Genau. Ich will mal keinen Apfel haben. Aber keinen Apfel für den guten Helden. Sondern nur Fledermäuse. So. So, nochmal hier. Na. Was? Dimensionsstein passiert. War schon immer so klein. Ihr seid wieder ein Spiel... wieder am Spielbeginn. Ach so. Ah. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Ach so. Was soll ich denn hier? Am Anfang. Im Moment gab es da nicht auch noch andere Steine, die den Weg versperrt hätten. Oh. Dann muss ich da links weiter. Gucken wir erstmal hier links. Hm. Au. Wie böse die auf einmal aussehen. Ja, hier geht es nicht weiter. Ach, man verliert auch nicht ein ganzes Herz, sondern nur so ein Viertel. Das ist auch immer sympathisch. Also, das kann selbst ich nicht getroffen werden. Hoffe ich. Hm. Da ist ein Stein im Weg. Da ist auch noch ein Stein im Weg. Ja, wo geht es denn jetzt weiter? Ja, wo geht es denn jetzt weiter? Kaktus. Speicheln. Kakteen. Hm. Das so richtig ist, wo ich hier hingehe. Der Stein sieht aus, als ob ihr ihn kaputt machen könnt. Irgendwie. Ach, jetzt schau mal. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Sehr schön. Kamerasoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Ja. Einmal die Nahaufnahme, bitte. Kein Herz. Yay. Und hier ist, wie sie sehen, nix. Ich darf noch mal da eine Tour. Einstärken. 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 Ich glaube, wir sind die. Ich kann mich sehr interessiert. Kein der Notfall. Na, ich bin einstärken. Ich bin einstärken. Dann muss mich die Nacht aus, ich bin einstärken. Das ist einstärken. Ja sind das am allsten. Ich bin einstärken. Ja, ich bin einstärken. Das ist einstärken. Untertitelung des ZDF, 2020